hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fortnetshop heute am mittwoch den 17 mai und jetzt seht ihr hier heute war kann das update ja nicht aber für morgens jetzt wirklich angekündigt also morgen geht es dann los endlich und dann gucken wir uns in den item shop was war da denn schönes haben heute so das flugzeug ist erstmal zurück nach 32 tagen wieder im shop dreifach bedrohung die ist nach 32 tagen zurück und unser sprungwurf ebenfalls dann haben wir noch den slam dunk als axt und natürlich gibt es leiter kopf und das ball talent genau dann geht es in die nächste zeile dann unser straßenschotten paket ist nach 70 tagen zurück einmal mit der schatten ruby mit dem rucksack den schlattenschlitzer und den himmelskatten dann haben wir das wolfs käppchen zurück hat glaube ich auch verschiedene stile nämlich aber mit und einmal ohne kopf bedeckung und dann gibt es natürlich eifert hier als rucksack die große böse axt dann gibt es noch eine lackierung dazu wolfsjäger auch nices teil und dann geht es in die nächste zeile da haben wir dann unter fangen paket zurück nach 36 tagen einmal mit venturion der hat dann noch zum roten stil dazu gibt es den umhang der passt sich auch an dann haben wir ventura auch die gibt es natürlich in rot und auch dort passt sich natürlich der umhang an dann haben wir aerodynamik und weiter dann geht es nächste da haben wir unsere boxen karton skins zurück einmal boxine wir haben drei stile einmal hier dann in schwarz weiß und einmal mit schimmer also hier mit orange ich glaube der männliche karton ist glaube ich in grün auch schwarz weiß und auch in grün dann haben wir den karton klopper und alles ist nach 36 tagen zurück jetzt holster fehlt natürlich noch und auch die kartonleitung nächste zeile haben wir dann die täglichen rote verteidigerin zurück nach 54 tagen einmal mit mütze noch dann haben wir die einsatzleiterin die ist nach 63 tagen zurück mit verschiedenen stilen und signal knoten als rucksack dann haben wir streifen spur als lackierung selten heute nach 1036 tagen zurück die sieht auch ganz gut aus muss sagen dann haben wir elektro nach 82 tagen zurück dann haben wir das auf das paket hier noch goku schwarz die ganze star wars sachen dann kommt natürlich noch die ikonen alle ja ich würde sagen das war es dann auch schon mit dem shop für heute machen wir uns zum nächsten mal ciao eure sind